Ja, liebe Fußballfreunde, endlich ist es wieder soweit. Er ist wieder bei uns, unsere Nummer 10, Wolfram Wudi. Ja, ja, der Wolfram Wudi Wuttke. Selten hat ein Spieler so zweideutige Reaktionen hervorgerufen. Die einen liebten ihn, andere hätten ihn am liebsten verwünscht. Den genialen Chaoten, das chaotische Genie. Das hat halt dazu beigetragen, dass ich hier und da mit meinem Vorlappenbundwerk irgendwo mal angestoßen bin. Und das sind Sachen, die normalerweise bei einem anderen Spieler nie an die große Glocke gehängt worden sind. Aber bei dem Wolfram Wuttke halt, der mit dem großen Bundwerk, da mussten alle Sachen immer in den Himmel getragen werden. Und es wurde immer an die große Glocke gehängt. Und es wurde immer an die Glocke gehängt.